Die Schrieber Zahntechnik GmbH wurde 1989 in Bergedorf im Osten Hamburgs gegründet. Über die Jahre haben wir unsere Kenntnisse in der Zahntechnik weiterentwickelt und perfektioniert. Als erstes Labor in Deutschland lassen wir uns gerade von der Vereinigung für ganzheitliche Zahnmedizin nach den neuen Richtlinien zertifizieren. Dadurch sind wir in der Lage, für alle Patienten qualitativ hochwertigen und zeitgemäßen Zahnersatz herzustellen. Allergie-Patienten werden von uns mit bioverträglichem Acetalzahnersatz versorgt. Wir bieten Ihnen das gesamte Spektrum der modernen zahntechnischen Versorgung. Von der computergefrästen Vollkeramik über Inlays, Veneers, Kronen, Brücken und Implantate bis hin zu Teil- oder Totale-Prothesen. Gerne erhalten Sie von uns eine persönliche Beratung von qualifizierten Mitarbeitern in unserem Labor. Nachvergoldung in bisher nicht dagewesener Qualität. Als eines der wenigen zahntechnischen Labore im Raum Hamburg bieten wir Ihnen eine Haftverbesserung Ihres Zahnersatzes. Die Schrieber Zahntechnik GmbH. Das leistungsstarke und flexible zahntechnische Labor in Ihrer Nähe. Havich Horsterweg 2 in Hamburg-Bergedorf.